so das ist ein neues 3 vs 3 in league of legends mit a fresh toast and a fresh mango oh ja immer dabei und das wird auf jeden fall so dann legen wir mal los das wird auf jeden fall wieder nice ja wie gehen wir denn jetzt ich würde sagen top ich geht auch weit gehen ja okay gehen wir beide zusammen oben top das ist gut und dafür bleibt unten ja mach mal so wenn ich könnte ja auch unterkommen wenn ich dafür benötige ja wir können ja schnell durch pushen immer bis er klein bewerf sie einfach mit toast ich nehme mangos und er benutzt einen doktor doktortitel ich bewerfe leute mit doktortiteln ja man das ist gar nicht so gut eigentlich noch ein geschenk ja das ist eigentlich wollte ich gerade sagen wie gesagt das ist gar nicht so gut toast ist auch viel wert oder mangos ja vor allem in meinem stream ja was machst du da drin würde umlaufen und alles klar cool sein aber so jetzt kommen die beiden weg ich habe angst dass sie mich sehen ja du stehst auch sehr Achtung ja du stehst auch sehr krass ja ich habe es versucht so habe ich mich nämlich letztens und da waren alle drei da weg teleportiert einfach und diese nicht darauf gekommen dass ich da war richtig glück gehabt ich stand da drei sekunden habe ich gebürt ich dachte so nein bitte nicht und da war ich auf einmal weg dochgut ich wollte schon eh drücken hier die heilung sehr nice oh annie ist da nice nice oh shit ja die sind beide ziemlich weak die sind ziemlich krass ja sehr geiler last hit voll wo sind die alte links und rechts das sind die beiden links und rechts ich nehme den linken ach so nehme ich den rechten ich gehe mal deck extra dinge ist extra stats muss man gucken unten bei diesem kreis über deinem skills ist wenn du zwei grüßende alter hat in die kommenden das ding das hier ich trau was muss ich machen einfach steh bleiben warten bis er voll ist ach ok habe ich habe ich den jetzt schon im bonus ja wir haben jetzt beide schon hau-schüttel wird zu krass sind zu krassen sind zu groß Da oben ist ein Turm, da schaffst du nichts. Was, 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 was denn? Hinter mir waren die Monster und ich konnte nicht mehr weglaufen. Das sah schon lustig aus. Ja, denke ich nicht. Dafür bin ich doch da. Nice, ey. Entertainment. Alles für die Zuschauer. Hau mal nicht so auf deine Maus, die Arme. Die ist schon 7 oder 8 Jahre alt. Meine ist erst 2 Jahre oder sowas. Und meine ist jetzt von 30 Euro vom Wert auf 150 geschrieben, was eine limitierte ist. Richtig geil. Aber ich will sie nicht verkaufen, weil sie ist so geil einfach. Was ist denn das für eine? Die MX518 aber in so einer speziellen Edition Logitech. Achso. Ich hab die, ich hab ne Rocket. Das ist die, äh... Cone oder Cone? Nager. Mh, Molten Edition. Also die leuchtet halt rot und hat halt, äh, an der Seite 12 Tasten. Ja, 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 ja. Nice. Jetzt auf hier den, auf den Co-Gut. Ah, der ist beim Tower. Ja, wenn der jetzt kommt. Drauf hier. Oh shit. Ich hab noch sehr, sehr wenig Leben. Ich werde gleich mich mal... Na geht doch noch. Ja. Genau, lass den ruhig rankommen, wenn er will. Jetzt läuft er rein. Geil. Jawoll. Richtig guter Bot. Ja. Hast schon wieder im Dings, äh, im Chat geschrieben worden. Ne, ich hab noch nicht geguckt. Muss dann gucken. Oh scheiße. Wie geht's der sauren Milch, hä? Unser Freund ist wieder da. Ach, der Weger ist alles klar. Ja. Okay, Achtung. Ich hab's noch kapiert, frühzeitig. Ja. Ja, Toast geht mal wieder ab, ne? Mit Blutrausch hier unten. Oh shit. Okay, die schnapp ich mir. Oh, 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 oh. Hilfe. Was, ich hab ihn getötet? Lol. Ja, ist doch geil. Mit den Fallen. Ja, ja, genau. Was? 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 Oh, oh. Oh shit. Oh oh. Andy kommt, Andy kommt Ich gebe mich mal bedeckt Ja Okay, nice Oh, Andy, Andy hat mich Ja, okay, bloß zurück Ich habe noch einen Drang, zum Glück Sehr gut Nein, Andy, bleib stehen Mann Ich wollte sie erschöpfen Kann ich aber gleich noch machen Ich habe sie nicht bekommen Ich bin nicht mad Bei mir sieht es manchmal so aus, als ob der Rauch von der Waffe komplett nach oben geht Also instant nach oben Komisch aus Schade, Mann Schade Fast getroffen Fast Jetzt den Turm hier, jawoll Okay, ich hole hier so ein bisschen ab Ah, da unten. Ich bin da unten. Der Turm ist auch fast kaputt. Bei mir war es sehr knapp. Könnt ihr in der Mitte ein Lebensteil holen, ab und zu. Xindl hat gerade geschrieben, ist Johnny heute High dabei? Ja, ne. Der lässt die Höhlen fahren. Gerade nicht so. Ich hab zwar Star, ne? Er hat zwar Star, aber... Nee, das peinlich ist, ich hab gar keinen Tabak. Ja. So, also... Wir haben jetzt Fortnite gerade den anderen Altar genommen. I traut sich was. Ja, hat sich meinen Altar geklaut, ne? Oh, 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 oh. Oh, shit, oh, shit. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Schnell. Du schaffst das. Halt dich zurück, halt dich zurück. Ja, das muss ich auch, der will mich. Achtung, Andy kommt. Hm. Ja. Ja, zurück, zurück. Weg, 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 taue, 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 taue. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Stört noch fast. Wieder mitgezogen worden von dem scheiß Auto. So, ich geh jetzt mal zurück, weil ich auch... ...gut Money habe. Ja. Da ist noch grad bisschen was gekauft. Oh, jetzt kommen sie wieder hier. Komm, Shwetney. Jawohl, komm her, du Wichser. Ja, ich hab den Turm, ich hab den Turm. Oh, Monster. Turm ist down. Nice. Andy gleich auch. Ja. Ich geh auf die Minions bisschen. Ah, Mist. Bisschen die Minions blätten hier. Nächster. Oh, Andy ist drauf. Ich werf was rein. Ja. Warum macht die denn sowas? Oh nein. Wie hart sie einfach überlebt hat. Warum tut ein Mensch sowas. Wie hat... Warum hat sie so hart überlebt? Ich finde das grad gar nicht so gut. Ich hab hier so einen Shogas rumhängen. Der kommt jetzt hoch. Durch. Oh, ja. Ich hab's schade. Ich packiert die Monster. Hehehe. Netter Typ. Komm, der hast du, oder? Ja. Andy hol ich ihn mir. Der hat man nicht bekommen als ob. Shit. Ja, und da kommt jetzt ein Drecks, Andy. Heiß, 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 heiß. Ey, dieser. Heiß. Nein. Vor allem hier dieser Bär, ne? Tibbers. Nicht so toll. So, jetzt hab ich mal Auto-Dings angemacht. Nicht mal Push-To-Talk. Auto. Jetzt ist der Andy weg. Voice activation. Automatische Erkennung. Alles klar, er klingelt. Soviel zu dem Thema. Jo, bin gleich wieder da. Kurz an der Tür. Jo. Jo. Jo, anders zu erwarten. Jo, anders zu erwarten. Jo. Jo, anders zu erwarten. Jo, anders zu erwarten. Jo. 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 los die sie genommen gut weg gesnackt hier weg auf los vor pushen handy kommt, handy kommt da so, ich steh mal schon oder zur Zeit ja, die hat halt den Ton das ist halt so das Ding ja, sie ist fast tot jetzt wo ist sie denn hin? sie ist tot ach so, ok egal, Turm machen wir weg oh, da kommt der andere komm, Scho-Scho komm, komm drauf hier jawohl Turm ist down da ist Miss Fortune da Miss Fortune den haben wir schon, Alter haben wir schon, ja ich hab nur gerade bloß geguckt weil er leicht rot war achso ich hol mir hier mal das Leben ich glaube, weil der Miss Fortune drauf stand bringt das was, wenn man die killt? ja, man kriegt halt auch noch Gold extra ok wenn halt zum Beispiel keiner mehr lebt oder sowas und du halt das Spiel aber nicht beenden willst oder halt Probleme hast gegen sie zu gewinnen und zum Beispiel kannst du einfach nochmal die Viecher noch machen ok Achtung auch wieder da komm hoch, ich komm hoch Miss Fortune ist unten oh shit holen die dir, holen die dir ja silent oh shit da hab ich gar nicht drauf geachtet Andy hat dich noch genommen ja ich war damit beschäftigt, jetzt zu gucken, wie du sie zerfleischt ja, ich wollte gerade machen, aber das Problem war, ich war gesilenced von dem Showgast deswegen konnte ich nicht, ähm, ich bin nicht rangenommen genug aber weißt du gerade, ja, weit genug rangekommen hätte ich sie wahrscheinlich noch gehabt, aber das ging wie machst du denn das Spiel? jo Vegas, ich schau dann gleich nach dem Game so, 30% Angriffstempo war schnell gegönnt Sonny, bei dir alles klar? ja soweit geht das wenn du Hilfe brauchst, musst du mich scheißern nachher nicht jawoll, Andy ist gleich down hier komm ja weg mit der jetzt platt oh mein Gott, einen hilft da noch komm jawoll jetzt aufs Show ja, bin schon drauf, bin schon drauf nice 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 der war schön, der war schön der war schön das geht hier unten ab die die das taurig ist was war das denn? von Kil'Vene Ich hab der Annie nochmal gedrückt hier. So, ich porte mich dann mal wieder zurück auch. Jo, mach das. Ich geh mit auf Tower hier. Oh, Annie. Ah, sterben auch nicht. Annie ist da. Oh, oh. Der Bär verfolgt mich. Ja, der rennt ja auch ein bisschen hinterher. Ja, aber das ist langsam. Annie ist ja auch schon ein ganz billiger Champion. Wobei, obwohl sie eigentlich übelstark ist. Ja, die ist übelstark. Oh, shit. Ich komm mal hoch. Alter, tötest du dich doch. Ja, der hat mich fast geblättert. Schau mal Leben an. Aua. Ich sterben. Ja. Kommt die Bär nie von mir weg. Sein... Ech... Brrrr... Joa. Ah, okay. 10 Sekunden noch. Hm. Ich hab auch nicht genug Gold, um irgendwas zu kaufen. Ich hab einfach die kleinen Viecher im Dschungel, also in den Dschungel, also in den Dschungel. Die U-Wilfe, und klar. Schweinebeermann. Was die will vom Schweinebeermann verfolgt. Ja. Ja. Jetzt mein ich, es ist voll Ernte, Mann. Ja, ist so. Ich mein ich auch voll Ernte. Da ist jemand legendär. Wer? Ja, wer wohl? Heiter! Ich krieg oben wieder übelst aufs Maul. Das war natürlich mies jetzt gerade. So. Ja, ne. Überlebst du ja. Ja. Wir erfolgen mir dann die besten Bomben uns gegen aller Zeiten. Der untere Tower ist gleich kaputt. Partei bleibt in der Welt stehen, ich muss was zeigen. Jawoll, jetzt haben wir ihn gleich. Und er ist Schrott. Abgeschrottet, ey. Der hat ihn ja wenigstens töten können. Der läuft acke dann. Oh shit, Miss Fortune hat mich gleich. Hopp, die krieg ich noch. Komm, die krieg ich noch. Komm, komm, komm. Oh, 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 oh. Oh shit, ich bin da. Ach stimmt, Adi. Na, du läuchst ihm doch nicht mehr hinterher, ne? Fast bekommen. Wahrscheinlich bin ich zu gut, ich hab'n... Der hat Hack an. Der hat Hack an. Nicht gut, wenn ihr Hack ist aber auch. Der hat er schockt, wenn er einen Hack an. Ja, ich weiß nicht, warum der zu dir so lange redet hier. Durch den Stirn. Bei anderen, wie er schießt. Dann holen wir uns kurz mal den Altar ein. Wenn wir extra Gold bekommen. Hm, Miss Fortune ist bei mir. Oben. Geil, ich komme. Hochgepusht. Das ist ein Max-Ball. Einzüffeln. Hey, was kommt denn jetzt hierher? Würde sterben, oder? Was ist denn das hier? Ekelschlund. Dies ist ein sehr mächtiges und feindliches, gesonnenes Monster. Das ist ein großer Gegner, den man sich wirklich tönieren sollte. Ja, töten wir mal. Töten, okay, töten. Ja, da geht doch. Oha. Auf ihn mit Gebrüll. Unser Tank fehlt natürlich. Geht schon, kriegen wir schon hin. Ja, schade, wenn wir uns nicht hinbekommen. Jawoll. Und dann haben wir Wappen bekommen. Alles klar. Wappen ist zwar nicht nur 20. Alter, geht's hier ab. Und hier gibt es auch bei 5 von 5, aber das ist dann halt ein Asher. Okay. Oder Baron, oder wie es der auch immer nennt. Ey, wieso wurde ich jetzt da gehittet, Mann? Von dem Turm. Von dem Turm. Wenn du unterm Tower stehst und nen gegnerischen Charakter angreifst, dann... Ja, aber da standen nicht nur ich drunter. Alter. Ey, ich wollte ihn messen, du Arsch. Aua. Megas hat auch schon 260 Mangos. Alles klar. Ich hab den Hacker gemessert. Ja, weil ich schon nicht mal ein Hacker ist. Puh. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Jawoll. Endlich. Schnellfeuerkanone hab ich jetzt. Jetzt geht's ab. Krass. Ich wurde da gemessen von dem... Ja. Egal, das war übelst laut auf einem. Ja, da wurdest du gerade zum ersten Mal von dem Team mit der Fabka getötet. Siehst du wieder das Spiel? Ich bin da. Und.... Da kommt der Guaranty, genau. Ja, nee, Andy wollte dazu pushen, aber hat an sich doch umentschieden. Jawoll, drauf hier. Andy kommt. Noch schnell den kaputt machen hier. Jawoll. Nice. Nicest Game, Leute. Es war richtig gut, ja. War richtig schnell. Einfacher als eben, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Hätte auch AFK gehen können. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Hätten wir es wieder schöner gehabt. Wäre es besser wie vorher.